Endlich ist es soweit. Surebets und Valuebets gibt es jetzt hier auf dem Silbertablett bei uns in der Sportsbetting Academy, wenn du den Masterzugang in Deutschland oder auch den Masterzugang in Österreich hast. Ich zeige dir das jetzt hier mit dem Masterzugang in Deutschland, weil der ist eben ganz speziell, weil wir hier nur mit weitgelisteten Wettanbietern arbeiten können und somit wurde das hier für Deutschland an diese Situation angepasst und ich zeige dir, was auf dich jetzt hier wartet, wenn du diesen Masterzugang hast und du das Thema Surebets und Valuebets zum Beispiel anwenden möchtest und wie du das auch bedienst. Das heißt, ich gehe mit dir jetzt in diesem Video alles zusammen durch. Das Erste, was du natürlich brauchst, ist einmal den Masterzugang für Deutschland beziehungsweise für Österreich, findest du unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wo du dir das dann buchen kannst und wenn du das gebucht hast, dann kommst du auch hier rein, zum Beispiel jetzt in Masterzugang Deutschland und hier findest du dann in der Kategorie zwei täglichen Tipps, Valuebets und Surebets, dann diese Information. Wenn du das andere noch lernen musst, was das überhaupt ist, bitte schau dir die ganzen Inhalte hier an, dort lernst du, wie du professionelle Sportwetten betreibst. Das setze ich jetzt hier voraus, dass du schon verstehst, dass es beim Sportwetten um Wettquoten geht, dass die einen Vorteil haben müssen und jetzt zeige ich dir, wie du das in der Praxis dann anwendest. Wenn du jetzt hier auf täglichen Tipps zum Beispiel dann gehst, habe ich das in zwei Teile untergliedert. Das eine sind Valuewetten, das heißt wir sichern hier nichts ab, das andere ist das Thema Surebets. Hier müssen wir zum Beispiel dann auch mit einem anderen Wettanbieter zum Beispiel das dann gegenspielen. Wir beginnen jetzt nochmal mit dem Thema Surebets. Unter der Kategorie Surebets findest du dann jetzt hier auf der einen Seite dieses Bild, das kannst du dann auch hier noch zusätzlich herunterladen, dass es vielleicht ein bisschen größer wird. Das heißt, wenn du dann hier drauf klickst, dann ladet diese Datei auch hier herunter. Das ist auch ein bisschen größer, wie er dann zeigen kann. So, jetzt habe ich das einmal heruntergeladen, dieses Dokument. Ich habe jetzt hier für dieses Video heute nur einmal zwei Fallbeispiele vorbereitet, Übungsbeispiele für dich, dass du das dann in der Praxis dann umsetzen kannst. Das ist alles in diesem Paket mit dabei. Das, was du zum Beispiel von mir als Information jetzt bekommst, ist einmal, wann ist diese sogenannte Surebets? Wo findet das statt? Also von der Uhrzeit her, wer spielt hier gegen wen? Dann, um welche Sportart handelt es sich hier? Und welches Land? Welche Liga? Um welchen Tipp geht es hier? Das sehen wir hier mit Asian Handicap 2,5 erste Halbzeit. Und dann bekommst du auch die wichtige Information, bei welchen Wettanbietern ist das möglich. Das heißt, wir haben hier, Bucke 1 ist für Buchmacher 1, haben wir hier zum Beispiel Tipico. Dann siehst du hier auch noch die ganz wichtige Information, wenn du aus Deutschland kommst, dass dieser Buchmacher auf der Whitelist oben steht. Und seit wann steht er auf der Whitelist oben? Das ist halt seit 9.10.2020 ist Tipico auf der Whitelist oben. Und das musste ich eben genau deswegen so machen, weil im Endeffekt durch die namentliche Nennung von diesem Buchmacher kann ich in Deutschland, beziehungsweise hier auf YouTube, weil alle das auf Deutsch anschauen, nur weitgelistete Wettanbieter namentlich nennen, weil sonst würden sie mir ja wieder unterstellen, dass ich Werbung für unerlaubtes Glücksspiel betreibe. Das ist ein anderes Thema. Aber im Endeffekt siehst du hier dann die Wettanbieter und auch wann die auf der Whitelist oben stehen. Das heißt, es wird von mir jeden Tag geprüft, ist dieser Wettanbieter noch auf der Whitelist oben oder ist es das nicht. Das heißt, du bekommst dann in Deutschland vor allem dann diese Informationen von mir tagtäglich. Und ich prüfe das dann auch jeden Tag, wer auf der Whitelist oben steht und wer nicht. Das heißt, du musst dann hier bei der deutschen Kriegsspielbehörde jeden Tag vorbeischauen und schauen, wer ist hier noch oben. Und dann siehst du zum Beispiel hier, dass beim Spiel im Gran Canaria gegen Saski Baskonia, was du tippen musst. Das heißt, hier für Gran Canaria haben wir die Quote im Angebot bei Tipico von 1,9 und bei Bet365 haben wir für Tip 2, das heißt hier mit dem Handicap, haben wir die Quote 2,9 im Angebot. Du siehst hier hinten auch unseren mathematischen Vorteil. Nein, das sind 14,79%. Wenn ich jetzt da diese Informationen habe, jetzt geht es dann darum, wie ermittle ich denn dann hier die richtigen Einsätze mit und vor allem auch ohne Wettsteuer. Dazu, nachdem du ja den Masterzugang hast, findest du dann hier, also wenn du auf die Startseite zurückgehst, wirst du dann hier unten auch diese ganzen Rechner freigeschalten haben. Und du brauchst jetzt dafür diese Vorgehensweise den sogenannten Shure-Bett-Rechner. Wenn du da dann drauf gehst und hier drauf gehst, hier drauf gehst, dann öffnet sich dieser Rechner für dich. Jetzt trage ich hier ein, das erste war hier Tipico, dann trage ich hier ein, das war Bet365, dann trage ich hier die erste Quote ein, das war 1,90 und hier trage ich die zweite Quote ein, das war 2,90. Wenn ich jetzt eine Wettsteuer habe, kann ich das hier oben dann noch einschalten. Machen wir mal das Beispiel, ich mache es jetzt ohne Wettsteuer und ich sage jetzt, da habe ich zum Beispiel 100 Euro zur Verfügung. Dann siehst du, dass hier eine Berechnung durchgeführt wird. Dann sagt dieser Rechner zu dir, okay, wenn du da keine Wettsteuer hast, spiel 60,42 Euro auf die 1,9er Quote bei Tipico und 39,58 bei Bet365. Das Ganze kannst du natürlich auch noch runden, das heißt, dass du volle Eurobeträge spielst. So wie hier 60 Euro hier und 40 Euro hier. Dann siehst du hier unten, dass es jetzt egal ist, wie das Spiel ausgeht. Wir werden zwischen 14 bzw. 16 Euro Profit machen. Ich schalte jetzt das Round Stakes noch einmal ein. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Wettsteuer zu bezahlen. Dann gehst du hier auf Tax und stellst hier um auf 5,3%. Und dann gehst du hier auf Tax und stellst hier auch um auf 5,3%. Also nehmen wir mal an, du hättest bei beiden eine Wettsteuer zu bezahlen. Dann kannst du dir vorher schon einmal anschauen, ob sich das mathematisch ausgeht. Hier oben könntest du noch reinschreiben, um was es hier geht. Das war jetzt das Asian Handicap. A, A, C, H. A, C, H. 2,5. Dann haben wir hier Tip 1. Und dann könntest du das hier auch noch schreiben. 2,5, Tip 2. Wenn du das jetzt möchtest. Das ist jetzt einfach nur, dass du dann weißt, auf was du wetten solltest dann. Viel entscheidend ist das hier unten, dass du hier die richtigen Einsätze dann ermittelst und auch mathematisch dann dir darstellen lassen kannst. Geht sich das mathematisch noch aus mit dieser Wette oder geht sich das nicht mehr aus? Also in diesem Fall würde jetzt da bei beiden eine Wettsteuer fällig sein. Dann würde sich das hier super schön ausgehen. Wenn du jetzt zum Beispiel 100 Euro mathematisch so aufteist wie hier, kann das jetzt auch nochmal runden. Dann würde ich 60 Euro auf diese Quote setzen und 40 Euro auf diese Quote setzen. Ist egal, wie das Ergebnis jetzt ausgeht. Ich würde hier zwischen 8 bzw. 10 Euro Profit mit dieser einen Wette schon generieren auf einen Einsatz, einfach einen Gesamteinsatz von 100 Euro. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Das zweite Beispiel hier ist auf ein Handballspiel Deutschland Frauen. Hier haben wir frisch auf Göppingen gegen Neckar-Sulma im Handball haben wir die klassische Siegwette, wo wir bei Tipico, das ist hier wieder von der Whitelist her, wenn die auf der Whitelist oben stehen, also Tipico haben wir hier Siegtipp 1 mit der Quote 1,85 und bei 365 haben wir hier die Doppelchance X2 mit der Quote 2,5, wo hier ein Profit von 6,32% vorhanden ist. Und das können wir jetzt hier wieder in diesem Rechner prüfen, ob sich das mit der Wettsteuer ausgeht. Das heißt, wir haben hier wieder Tipico, haben wir hier zum Beispiel Sieg 1 und wenn ich das mit einem Bindestrich trenne, habe ich hier Doppelchance, Doppel oder DC X2, dann haben wir auf alle Möglichkeiten. Und hier haben wir jetzt die Quote 1,85 und bei Bet365 haben wir die Quote 2,5. Jetzt tun wir mal das Roundstake noch weg. Jetzt siehst du zum Beispiel hier, dass das mit der Wettsteuer schon sehr knapp wird. Wenn ich jetzt da hier bei beiden 5,3% habe, geht sich das hier Grad und Grad noch aus. Deswegen habe ich jetzt hier nur ein Beispiel vorbereitet, dass du auch siehst, dass sich das hier noch ausgeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Buchmacher eine Wettsteuer habe und beim anderen nicht, das könnte zum Beispiel auch sein, dann kann ich hier zum Beispiel die Wettsteuer ein- und ausschalten. Dann siehst du, dass das hier neu berechnet wird und hier dann dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel so 100 Euro wieder aufteile, genau nach diesem Verhältnis, ich hier zum Beispiel 3 Euro Profit generiere, wenn ich bei dem eine Wettsteuer habe und bei dem zum Beispiel nicht. Wenn ich bei beiden keine Wettsteuer habe, dann siehst du, dass ich hier 6,32 Euro Profit generiere bei zum Beispiel diesen weitgelisteten Wettanbietern. Ich kann das natürlich hier unten auch wieder runden, das heißt die 57 und 43 Euro, wo ich das dann hier aufteile und das auf volle Euro-Beträge brunde. Das ist einmal der erste Bereich, der was jetzt hier neu dabei ist, nur dass du auch siehst, wie man das verwendet. Du musst halt hier diesen Schurbetrechner auch bedienen können. Wenn du hier Hilfe brauchst, bitte komm einfach auch zu mir in meinen Live-Coaching-Abend. Das heißt, wir haben hier jede Woche jetzt einen Live-Coaching-Abend über zu, wo wir das zusammen trainieren und üben, so dass du das dann wirklich eigenständig für dich umsetzen kannst. Den zweiten Bereich, den was ich dir heute zeigen möchte, der hier auch mit dabei ist, ist das Thema Value-Wetten mit weitgelisteten Wettanbietern, wenn du aus Deutschland kommst. Dazu gehst du hier auch auf tägliche Tipps, Value-Bets und Sure-Bets und gehst hier auf das Thema Value-Wetten. Hier hast du dann auch wieder diese Darstellung, diese Grafik, die wird natürlich dann immer angepasst. Und man kann das hier zum Beispiel auch wieder herunterladen. Hier siehst du zum Beispiel nun diese Informationen von mir, wieder das Datum, wann das ist, die Uhrzeit, um welches Spiel es sich hier handelt, also wer gegen wen spielt, welche Sportart hier gesucht wird, das ist das Basketball, Frankreich zum Beispiel, das Land, die Liga, dann um welche Wettart es sich hier handelt, um welchen Tipp es sich hier handelt, und welchen Buch mal es sich hier handelt, auch steht er auf der White-List oben oder nicht in Deutschland und seit wann steht er auf der White-List oben. Das wird dann eben, wie gesagt, auch hier jeden Tag von mir geprüft, ob der noch auf der White-List oben steht oder nicht, um eben hier wieder nicht das Thema zu haben, unerlaubte Werbung für unerlaubtes Glücksspiel hier im Raum zu stellen. Somit haben wir hier eben nur die White-Listeten, das haben wir hier Badway65 und Badway, und du bekommst zum Beispiel von mir auch die Information, wie wahrscheinlich wird dann diese Situation eintreten, das heißt, hier siehst du das dann in Prozent, 34%, 41%, 38%, 25%, diese Information, also wie wahrscheinlich das eintritt, beziehe ich über den Marktdurchschnitt. Das heißt, wir haben dann viele, viele, viele verschiedene Wettanbieter am Markt und über diesen Marktdurchschnitt ermittle ich dann die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich so etwas sein wird. Und dann haben wir hier im nächsten Punkt die Darstellung, wo liegt denn dann die faire Wettquote? Das heißt, wenn es da das zu 34% eintreten soll, ist die faire Wettquote bei 2,94. Das ist die Umrechnung von dieser Wahrscheinlichkeit, in eine Wettquote. Und dann sehen wir hier hinten die Wettquote vom Buchmacher, die was ich bekomme. Badway65 bietet mir für diese Situation die Quote 4,20 an. Somit liegt die höher als wie 2,94 und hat jetzt da einen sogenannten Value-Gehalt von 44%. Und das siehst du jetzt da hier auch bei allen anderen Tipps. Was du jetzt da dann brauchst dazu, um das auch zu verstehen, ist dann der sogenannte Value-Wetten-Rechner von der Sportsbetting Academy. Und das zeige ich dir jetzt da auch hier mit einem Übungsbeispiel, mit dem ersten oben, wo wir die Quote 4,2 und 2,94, dieses Verhältnis hier haben, mit einem Value-Gehalt von 44% und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 34%. Und zwar findest du dann hier diesen sogenannten Value-Wetten-Rechner. Der ist auch freigeschalten automatisch, wenn du Value-Wetten oder diesen Master-Zugang von uns gebucht hast. Und du gehst jetzt hier auf diesen Value-Wetten-Rechner. Dieser Rechner hilft dir dabei, nun über verschiedene Modelle den richtigen Einsatz zu ermitteln. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt da hier 1.000 Euro Bankroll zur Verfügung und du möchtest jetzt da jede Wette maximal mit zum Beispiel 3% von deinem Gesamtkapital hier auf einem flachen Einsatz, zum Beispiel 3%, bespielen. Und dann kannst du hier eintragen, die Quote vom Buchmacher, die was wir bekommen, das wird jetzt beim ersten Beispiel 4,20. Dann tragst du hier ein die Wahrscheinlichkeit, zu 34% wird das dann passieren. Dann siehst du, dass hier die faire Quote schon ermittelt wird. Das ist 2,94. Diese Information hast du auch aus dem Bild schon entnommen. Und dann siehst du hier, dann rechnet er dann aus, okay, du darfst jetzt da hier maximal 30 Euro auf diese Wette platzieren und dein sogenannter Erwartungswert liegt bei 12,84 Euro, was du dann an Profit generierst, langfristig gesehen. Das heißt, du wirst hier nicht jede Wette gewinnen beim Value-Wetten. Das ist ein Wechselspiel. Gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Und das ist natürlich jetzt schon ein exorbitant hoher Wert, 42,8%, was hier der Value-Gehalt ist. Da gibt es natürlich dann auch eher Beispiele, die was viel niedriger sind. Aber du solltest hier schauen, idealerweise, dass du Value-Quoten spielst, die hier idealerweise mindestens 10% haben. Weil wir können es dann eines noch machen, das ist jetzt dann noch ohne der Wettsteuer. Und du siehst hier, wenn ich jetzt hier unten auf Yes gehe und ich gebe jetzt hier ein 5,3% Wettsteuer, dann wird das hier neu berechnet. Das heißt, dein mathematischer Vorteil ist dann noch 35,23%, wenn du eine 4,2er-Quote spielst, wo die faire Quote 2,94 ist. Und dein Erwartungswert liegt hier bei 10,57 Euro. Und das ist aber dann wichtig, dass du zum Beispiel dann auch ein Buch führst für dich. Welche Wette habe ich gespielt? Wie hoch war mein Einsatz? Wie hoch war mein Erwartungswert und Value-Gehalt? Denn dann lässt sich damit dann in weiterer Folge, das trainieren wir dann auch in unseren Calls immer, lässt sich dann ablesen, wie gut ist denn eigentlich jetzt, oder wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Wo sollte ich stehen? Wo stehe ich? Das heißt, der Erwartungswert, dieser EV, das kann man dann als Linie einzeichnen lassen. Also da sollte ich finanziell stehen. Und dann eben, wo bin ich in der Wirklichkeit? Das heißt, wenn ich jetzt gewinne, dann gewinne ich mit einem Schlag sehr viel, weil ich ja 30 Euro auf die 4,2er-Quote, wenn ich die jetzt gewinne, bekomme ich ja viel ausbezahlt. Und dann hast du immer das Wechselspiel. Gewinnen, verlieren, 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 gewinnen, verlieren, verlieren, es kommt immer auf die Quoten drauf an. Und über eine große Anzahl an Wetten wirst du dann eben sehen, wie gut deine Strategie oder wie gut dieser Value-Gehalt eigentlich in Wirklichkeit ist. Und das zeige ich dir dann in den einzelnen Schulungen, wenn du bei mir den Master-Zugang gebucht hast und an diesen Live-Abenden dann teilnimmst. Ja, es freut mich, dass ich dir dieses Service jetzt hier mit anbieten kann in der Sportsbetting Academy und dass du hier einen weiteren Mehrwert hast, dass hier alles in einem All-in-One-Paket inkludiert ist. Die ganzen Rechner, das ganze Fachwissen und jetzt bekommst du hier auch noch die notwendigen Tipps von mir an die Hand, dass du hier mit dem Thema Sportwetten nachhaltig, mathematisch, beweisbar, konstant Profite generieren kannst. Also wenn du den Zugang noch nicht hast, empfehle ich dir, den jetzt zu nutzen, zu buchen, dass du hier sofort auch in die Umsetzung kommst im Zusammenhang mit all diesen Dingen, was wir hier vorbereitet haben. Ich wünsche dir hier maximalen Erfolg. Wenn du Fragen hast, schreib mir doch auch einfach eine E-Mail oder einfach unterhalb in die Kommentare rein und ich werde dann auf das Stellung nehmen. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und bis bald. Dein Daniel Winterholzinger. Bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.